. Gott, willst du mich verarschen? Vielen Dank. Vielen Dank. Diese scheiß Rätsel schaffe ich immer irgendwie einfach nur aus Glück. Keine Ahnung. Diese komischen Zwerge... Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ja. Schön. Speichern. Nicht da drauf treten. Er ist da drauf treten. Du verdammter Scheiß-Hobai. Du verdammter Obai. Ja, da schluckst du, ne? Oh, da sieht's magisch aus. Was ist hier los? So. Das ist nicht unwitzig. Oh mein Gott. Tinky, los. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu erziehen. Was? Ich soll ihn beschäftigt halten? Ich bin noch nicht doch... Oh, gut. Du bleibst dann mal da, festbacken, ne? So, wir schieben uns jetzt mal unsere... Angreifen. Oh mein Gott. Ich sollte mal die Heilung nehmen. Ich würde es ihm bitter ein bisschen jetzt hier erschwächen. Du Noob-Opa. Oh, du hast den... Du cheatest wieder. Leute, der hat wieder gescheatet, man. Der war auf einmal wieder unsterblich. Ich wollte gerade One-on-One mit ihm machen. Hier, Eis gegen Feuer. Ich war so... So One-on-One-mäßig halt, ne? Aber nein, ey. Dann kackt er hier wieder rum. Jetzt ist er einfach an ihm vorbei. Was? Da triffst du mich? Du Lusch! Ficken, ey. Oh mein Gott! Dieser Scheiß! Ich kack hier hin. Bis dieser Opa da erstmal... ...hingekommen ist, ne? Alter, der Typ braucht einfach fünf Millionen Jahre. Nimm den Stab auf den Tisch! Mein Stab! So, jetzt werden wir jetzt mal hier. Zack. Was ist das denn schönes? Er erleiht... Er zählt leider 25 Punkte Schaden und doppelt so viel mal. Schaden. Ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen! Ja, entzieh mal! Los! Jetzt bin ich hier schon der dicke Magier mit dem dicken Zauberstar. Das ist voll scheiße! Wer hat mir diesen Scheiß-Tipp gegeben, dieses Scheiß-Ding zu nehmen, Alter! Oh nein, in der Hölle! Hilfe! Er will mich schlagen! Renne in der Hölle! Der backt ja an diesem kleinen Ding fest. Steigert Magiker. Gold, Versiegelungsformel, Flammen. Ah, Flammen, toll. Fünf. Was soll ich damit anstellen, du Typ? Vielleicht soll ich das mit dem Stab klappen? Das ist einfach faszinierend. Quests. Quests. Quatsch. Oh, okay. Das ist einfach faszinierend. Was ist das für ein Ding? Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Ahren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Okay. 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 Mal näher. Tadaa. Da sind wie ihr. So jetzt müssen wir da mehr hin. Da müssen wir beichen. Ich will unbedingt eine Anstiegehrobe haben. Warum sehe ich hier denn überhaupt aus? Naja, einigermaßen cool, aber es ist nicht so wirklich prall, finde ich. Zauberstab ist nicht so wirklich stark. Finde ich. Hier we go. Hier we go. Der erste Mal jetzt chillt die ganze Zeit draußen rum oder was? Ne, der ist schon rein. Welches Lol ist Affe? Wer ist? Ja, Zauberstäbe verbrauchen kein Magier, das ist schön und gut, aber... Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ich muss mit euch über Sattel sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Tolftier wollte sie sich ansehen. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Kein Problem, war ja mein Auftrag. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeo. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magier-Lichts. Waffen. 60 Sekunden Licht. Also gut. Tut bitte nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie brauchen nicht noch mehr Gründe, um uns zu hassen. Nee, Licht ist nicht so cool, ne? Also, mhm. Licht ist so ein bisschen... Ach, nee. Also das ist ein bisschen uncool, ne? Ein bisschen uncool. Den lege ich wohl an, aber... Das ist... Ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ist das klar? Ihr seid nun im Akaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Akaneum und ich werde euch von wütenden Atronachen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Sartal herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Habt ihr nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orthorn stahl einige Bücher, als es zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Tom, haust du rein. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orthorn reden müssen. Kümmert es niemanden, dass Orthorn Dinge aus der Akademie gestohlen hat? Blablabla, blablabla. Mhm, der ist das irgendwie nicht. Wer bist du denn jetzt? Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Sartal, nicht wahr? Ja. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Mhm. Dessen bin ich mir bewusst. Teuf dir befindet sich immer noch in Sartal, nicht wahr? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. In Sartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teuf dir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte. Besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Fick dich. Oh, ganzes Stück. Ihr dürft jetzt gehen. Äh, warte mal. Ist das hier der Keller? Nee, warte mal. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Einfach einmal im Kreis gelaufen, ey, oder? Ah, da. Ah, da. Nein, hier wird irgendwie... Ey, meine Fresse. Nein, 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 oder? Was kann man denn? Meine Sohn, die 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 Sohn? Was muss ich denn jetzt hin? Was muss ich da machen? Achso, ich soll gestohlene Bücher finden. Okay, okay. Auf geht's, Leute. Wir müssen gestohlene Bücher finden. Gestohlene Bücher finden. Da, lang. So, das wird jetzt mal so und dann so. Oh, nein. Oh, nein, jetzt hab ich diesen Maus-Bug. Ich hab vorher nicht Dings gedrückt. Oh, mein Gott. Ich hab vorher aus Versehen nicht Dings gedrückt gehabt. Gedud. Da. Wenn man nämlich raus-tappt, ohne vorher Tab gedrückt zu haben, hast du diesen Bug, dass deine Maus dann im Game die ganze Zeit angezeigt wird. Und das ist richtig übel. Bei zwei Bildschirmen schirp dann hier auf der anderen Seite, auf dem zweiten Bildschirm schirp deine Maus rum. Und die andere hast du dann da in Game mit dabei, James. Das ist der Hammer. So. Ich mach jetzt eben Werbung. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Weiß ich, weiß ich. So. Weiß ich, 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 we Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sterbe immer. Guck mich an, wie gefährlich ich aussehe. Wie kann ich sterben? Niemals. Niemals, 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 niemals. Hier war ich schon mal. Ich bin... Was habt ihr gerade mit euren ganzen blöden Spoilern? Spoiler hier, Spoiler da, Spoiler von dem Scheiß, dem Scheiß, dem Scheiß. Geht's noch? Nein, duf Mix. Noch nicht. Hm, hm, hm. Vorwärts, guten Abend. Vorwärts. Nope, tot. Wow, meine Güte. Wer mir denn so viel Schaden und ich ihm nicht, das ist der Hammer, ich kriege es aufs Maul. Die ganze Zeit, irgendwie, Leute, ich will hier nicht, hier hin. Ah, wui. Na, irgendwie kriege ich immer voll aufs Maul. Aber selbst gebe ich kaum aufs Maul. Das liegt da an, weil ich diesen Scheiß-Heal mit drin hab, ey. Ich fähre, denke dort, ja, 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 ja. Ich muss einen besseren Zauber benutzen. Und dann, ja, 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 aber die kosten noch mehr Magiker und dann, Ende. Der Geschichte. Der ist viel zu low. Mö. 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 anwenden oder soviel dass ich davon zwei Späts machen und dann ist Ende. Klau oder kauf dir die Huhn? Ja ich hab auch schon ich hab schon Huhn, Feuerhuhn und sowas aber viel zu teuer, kann ich noch gar nicht anwenden. Ja, Flammen auf beide Hände hab ich mir auch schon gedacht. Ey, ihr Wölfe! Spätschern! Perfekt! Uh, diesmal war ich schneller als meine Güte! Gute Nacht, Timme! Ah, da stehst du Mistvieh also! Komm her! Okay, du nimmst anscheinend keinen nach oben. Aua! Hey, halt, stopp! Wo ist der Macker, der mich hier von der Seite beballert? So, muss ich mich nicht üben. Hab ich einen Hilfer dabei? Ja, nein. So, wo bist du, wo bist du, Typ? Jetzt hab ich erstmal mit mir ein bisschen Heilung reinballern. Dann werd ich auch noch Flammen wieder nehmen. Dann regeneriere ich Mana, wie ein... Alter, das dauert ja ewig! Zaubertränke, hab ich noch ein paar Mana-Putz, Mana-Putz, Mana-Putz. Puh, nein. Dann... Gucken wir mal hier lang her. Offener Fight! Komm, one on one! Wo bist du hin? Hier kriegst du rum. Da unten kriegst du rum. Boah, wie er einfach nicht sterben will, Alter! Der heilt sich, der sch... Lol, ey, was ein Lord. Jetzt lass ich dich elendig verdrennen. Woll! Leck mich! Das kann aber ewig dauern. Ich brauch jetzt unbedingt... Mana hab ich... Ach Mana hab ich gar nicht, ey! Oh, der Hammer ey! Was stopf ich mir jetzt hier rein? Ich kacke hier hin. Blitz, Blitz, Blitz. Feuerblitz. Den Stab. Genau, das ist eine gute Idee, den Stab zu nehmen. Jetzt läufst du weg. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Stab auch noch habe. Glitz, die 92, guten Abend. Ja, da heilt er sich wieder hoch, dann macht er wieder sein scheiß Schild. Und ich kacke hier hin. Ja, das ist so verdient, weil ich so gut kann. Ja, das ist so verdient. Speichern. Endlich. Gepriesen sei nachher, wir sind fertig. Roben würdest du immer mitnehmen, kann man nur verkaufen. Ach, fad, ey. Kinderkram. Rinderstay, guten Abend. Durchsuchen Kommode. Schicke Kleidung. Rätsel von Weißer Geirat. Leon, you are low. Guten Abend. Polo Man, guten Tag. Gehen Sie,� many times. Das ist ein ganzes Zon. Wir müssen das, was wir machen. Es ist nicht das, was wir machen. rollen ja Meine Macht ist doch nicht einmal vor- Mein Gott! Ich kann hier hin! Der war fertig! Dann nehmen wir uns gleich mal einfach so die Heilung und dann... AngelCrossChamp, guten Abend! Jetzt kommen wir her! Doppelstrahl! Meine Güte! So! Oh! Jetzt hab ich den scheiß Buch aufgehoben! Wo liegt denn seine Leiche? Warte! So! 50% schneller! Ach! Alles Crap! Alles Crap! Oh! Ein Heal-Pot-Mann! Wein, 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 wein! Wein nehm ich auch immer mit! Bring ich immer aus! Ey! Dass mir so ein Korb dann weh tut, ne? Das ist der Hammer, Alter! Dass man in diesem Spiel einen Drachentöter und einfach einen King, ey! Nein! Das ist eine Lusche, die sich von einem Korb Schmerzen zufügen lässt, ey! F5 WTF hat das für ein Radius?! Willst du mich verarschen?! Ah! Diese Eismagier-Tussis mit ihren ganzen tausend Millionen Damage, Alter! Ich kacke hier hin! Ey! Die Falle one-headed mich, dann mach ich das hier um die Ecke! Hallo? Hallo? Die Gefangenen haben mich entdeckt! Wer bist du? Mein Gott, du siehst aber hässlich aus! Du hast eklige Ekelaugen! Du bist ein Vampir! Aus dem Weg! Oh, bist du hässlich! Du hast mir nicht! Tust du mir nix? Wow! Rückzug, meine Freunde! nö! Tür schließen! Ha! Gut, dass sie nicht auf den guten alten Trick kommen, die Tür aufzumachen. Aha! Fuck! Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich wusste... Stopp! Fick dich, Sturmagier-Novize, Alter. Oh mein Gott, die drückt mir hart rein, Alter. Ich glaube, ich sterbe jetzt schon wieder. Ja, die bringt mich einfach krass um, weil die legt mich um so... Bäm! Verdammt! Ja, ich hab mir auch grad gedacht, vielleicht hätte ich schneller befreien sollen. Einfach befreien, 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 befreien. Und dann legen die sich alle mit den anderen an. Ist da jemand? Ist da jemand? Scheiß-Beschwörer-Novize, du kannst nix gegen mich tun, ey. Beschwörer-Novizen. Beschwörer sind Lappen, ey. LAPPEN! So, und ihr hässlichen Vampire, bist du auch ein Vampir? Du bist auch ein Vampir, und du? Du bist auch ein Vampir, du siehst genauso aus wie die. Seid ihr Zwillinge? Sagt die Wahrheit! Ihr jungen Vampire. Hier sind Hebel. Oh! Ist da jemand? Komm schon! Was ein Schlachtfeld! Was ein Schlachtfeld! Tote Vampire! Tote Magier! Meine Güte! Ich werd verrückt! Speichern! Buh! Die haben hier Experimente an Vampiren gemacht, Alter! Und dann Nords! Liegt hier noch so ein Nord! Ich bin ein Nord! Nord! Bei den Katzenleichen schweben immer die Schwänze noch so rum, ey. Ist ein bisschen unrealistisch. Voll viele Kajits haben die hier auch. Damit hätten wir hier alles geräuschert. Gut. Du brennst noch? Ne. Nein, nicht mehr. Kinjok! Schlaf gut! Wir sehen uns morgen wieder. Oder heute Nachmittag. Wollen wir mal gucken, was wir noch alles schickes in dieser Höhle finden. Vielen Dank. Ach, hier liegt der Wolf unter dem Tisch. Lasst mich hier nicht zurück. Ihr seid Orthorn. Ach, das ist dieser Typ. Ja, ja. Hat erzmagier Arren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Ich bin nur wegen der Bücher hier. Was, die Bücher? Ich hätte sie nicht mitnehmen sollen. Ich weiß, das war dumm. Sehr dumm sogar. Es wird nicht wieder vorkommen. Helft mir, hier rauszukommen, und ich helfe euch, sie zu finden. Bitte. Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Sieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Lasst mich hier nicht zurück. Danke, danke, danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Versprochen. Gut. Dann auch auf. Wollen wir mal hier raus. Erstmal speichern. Was ist hier los? Sag mal, warum schleichst du nicht, du Ficker? Sag mal, warum schleichst du nicht? Ich wollte doch jetzt mal Heilung jetzt, ne? Also. Oh fuck, da schillen die, Alter. Da schillen die um die Ecke, weißt du. Ey, leck mich. Die chillen da erstmal eine Runde ab. What the fuck? Scheiße, ich will ja eh nicht runter. Komm, wir gehen hier hoch. Was ist denn hier noch? Schutz wäre OP, Schutz ist aber auch übelst teuer, Mann. Da, die Camper, Alter. Ja, die übelsten Camper. Chillen die da um die Ecke und warten die ganze Zeit. Kommt er, kommt er nicht. Kommt er, kommt er nicht. Warum bin ich bloß hierher gekommen. Ach, wir müssen da hin. Okay. Und es beginnt. Oh, ich bin da hin. So, dann... Wieso kann ich das nicht machen, Leute? Wieso kann ich das nicht machen? Wieso kann ich diese scheiß Feuerhunde nicht nutzen? Hm? Na man, ihr seht, dass er jetzt gleich erst beziehungsweise kann ich gleich erst antworten. So ist auch gut. Leute, der hielt sich. Willst du mich verarschen? Der hielt sich jetzt, ey! Ich muss es also auf den Boden machen, ich muss es also auf den Boden machen. Dann will ich das nochmal laden. Hey, 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 hey. Alles auf dem Boden, sagt ihr, ja? Okay. Okay. Und es beginnt. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Das ist eine scheiß Rune. Das ist eine scheiß Rune. Ach so. Hilfe! Willst du mich verarschen? Wollte mich verarschen? Der Typ ist schon down? Der Typ ist schon down? WTF? Wie schnell stirbt der denn? Also der stirbt einfach hin, denn der ist gar nicht zugebrochen, dieses Stück Scheiße. Alter Schwede. Und ich geb mir die ganze Zeit diese Rune und das ist dieses Scheiß auf dem Boden rumgeblödel, ey. Das will ich die ganze Zeit machen, ey. Und es beginnt. Oh, Hilfe! Loll, den Schutz kann ich nicht aufrechterhalten, ne? Also, eins weiß ich. Oh, ich meine, nach so, nicht zu Hause, ich muss das. Ouh! 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 Oh! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Nein, sie findet mich! Puh. Die killt mich einfach mit einem Scheißdolch! Was braucht ihr? Diese Stelle ist so verdammt hart für mich irgendwie. Keine Ahnung, Alter, das ist der Hammer. Und es beginnt. Alter, ich kack hier hin. So, und jetzt werde ich... Sag mal, wer blockt mich hier so hart? Nein! Oh, endlich F5 ey. Direkt gespeichert ey. Direkt gespeichert. Das hat irgendwie nichts mit Noob sein zu tun, sondern einfach zu low. Denk ich mal. Du brauchst gar nichts zu tun, als wenn du hier der große Macker wärst und hier rumsummen, Alter. Du bist so oft gestorben. Instant. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. desto hier raus. Und hier rauskriegen. Oh, Totengeschwörer. Seid vorsichtig. Was? Ah! Ah! Ich muss wieder raus! Ich muss wieder raus! Wir haben es verstanden, um Himmels Willen, der schreit hier die ganze Zeit rum. Dieser Typ. Level 5! Ist da jemand? Der Typ steht nur im Weg. Der Typ steht nur im Weg, der Typ steht nur im Weg. Obwohl ich zwischendurch baller, treffe ich ihn die ganze Zeit und er kriegt dafür aufs Maul. Warum bin ich bloß in der Erde kommen? Das ging doch schon besser. Zum Eis-Stachel-Zauber-Dings. Der Typ steht nur im Weg. 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 Buss War für Pelz31. Das kennt nur auch im Weg. Der Typ steht nur im Weg und wir im Weg geslusionastic Inter Ooer R Hunter.